Oh, wie er mich fast getroffen hätte. Ist ja wahnsinnig. Zorn, Schuppel. Oh, schön. Oh, die Reaction, zack. Ich mag mich nicht. Kommt der schon close heran? Main, 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 oh Gott. Zwei von der Dreier war. Ich hoffe das will. Ah, Bombe A, Bombe A. Zwei A. Den hätte er des Todes gefressen und stirbt nicht. Ich flash mal. Larry's da. Wie der Push. Keine Ahnung, 10 AP. Das ist ja angefühlt wie 300, der Film. Das war geil, man hat ja gerade die Flash in der Hand, wir flashen. Und es kommt immer in dem Moment jemand um die Ecke und will dich halt... Ja, das ist eklig. Dieses Timing manchmal. Die wissen es einfach. Also Eco haben wir gesagt, ne? Ja. Ich geh Main direkt rein, guck. Main, hat er gefressen? Scheiße, 77 hab ich ihm gegeben. Okay, komm, machen wir sie. Nass. Richtig, mit dem Schlauch. Ja, oh yeah. Einer Main. Larry kommt der, oder kam der? Nee, der geht nicht zurück. Okay. Ah, Bombe ist bei uns, Main. Boah, Alter. Bombe ist down, Main. Ping Lord. Short. Er hat noch 6 HP. Mit der Bombe auf A. Der Ping Lord. Hat er schon einen Death? Nee, natürlich nicht. Gute A. Drei A. Also vor B gar nichts. Gute A. Zwei. Einer ist ja... Zwei, okay. Oh shit, zwei Nades auf mich. Ich bin dran. Wir haben beide ein bisschen getestet. Ui. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt geht's runter. Jetzt wird rasiert. Aber heute haben wir echt Ultraschulzer, ne? In den Gegner-Teams. Ja. Er drückt mir aus der Smoke. Ah, okay. Das ist schon komisch. Yo, fuck. Auf A ist auf A. Ist da gar niemand mehr. Ist er behindert? What? Kann er nicht sterben? Das gibt's nicht. Noch einer auf A. Nein. B. Komm her. Ich muss kurz reloaden. Also A ist jetzt komplett clear. Die rotieren, die rotieren, die rotieren. Yo, ich stay. Okay, Green, bleib du mal drüben. Ich geh squeaky. Hier ist schon der Smoke gefallen. Ist die bei mir oder bei dir? Komm raus. Komm ist down. Hier noch einer? Ich war direkt hier drin. Genau. Kein Recht hier. Nice. Oh, wie er mich fast getroffen hätte. Ist ja wahnsinnig. Hätte fast wallbang kassiert. Ja. Nice. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube vom Main ist auch was. Checkers könnte einer sein. Ah, Bombe ist bei euch. Nice. Wie kann er den überleben, Alter? Also Bombe auf jeden Fall. Mitte gewesen hier. Okay, dann ich geh zurück auf A. Venturn. Nice, Bombe down. Sehr gut. Nice. Sauber. Einer war Mitte. Okay. Nice. Toll. Nice. Sauber. Kinglord direkt auf das Spiel. Und Dinostradamus auch. Sehr gut. Squeaky ist noch einer. Ja. Ah, der letzte Teil ist jetzt eh mit Obdor drin. Nice. Nice. Sauber. Die kommen B, die kommen B. Mit Tag 9. Okay. Unter dir. Der war schwer. Mein Gott, zwei. Vielleicht wieder. Hat aber lang gedauert. Bombe ist down, Vents. Venturn. Sauber. B sieht recht frei aus. Bei A ist auch noch alles cool. Einer Mitte. Main kommt was. Ich flash rein und guck rein. Ich will Mark nicht noch boosten. Jupp. Oh, ich glaub, ich hab da gehen zwei Richtungen. Squeaky. Oh, er gibt mir einen Header, krass. Nice. Main ist noch einer. Wir holen jetzt am besten alles. Stark angefangen. Stark nackgelassen. Einer von denen, ich glaub, das ist auch der Pinglo oder wer auch immer, hat irgendwie angeblich Global. Hat er das so ausgeschrieben, dass ich im Kanal, im Profil, Main immer noch fliegen. Oh mein Gott. Einer ist Highway gekommen. What? Da ist Onspot default. Der Ecke. Das ist immer noch genau am roten Container. Nice. Oh mein Gott, nice. Da rüber, man. Schön gemacht. Ein Zauberer. Wie lobby einer. Da ist jetzt eventuell Kackers. Main Low HP. 12 HP left. Also ich geh kurz Yellow auf A und dann aber ein bisschen Onspot oder so. Obwohl mit der Um bin ich ja da eigentlich gar nicht schlecht gestanden. Ah, ich bin hier. Ich bin hier. Ich seh die Spot. Oh Gott. Einer ist Main. Ich seh Yellow. Ok. Underside. Underside. Unerplanted, ja. Ok, wartet. Ich bin Main. Aber Low HP, scheiß. Hinterwick Container. 60 und 2. Wenn der mich sieht. Ich bin so down. Ich warte auf euch. Ich warte auf euch. Red. Ich geh direkt Yellow. Yellow ist einer an der Ecke. Hat ein bisschen... Er ist hoffentlich spät so. Ja, der noch, der noch. Main. Einer Main. Ist raus. Ist wieder Reiner. Und wieder... Ist down. Noch einer Main. Einer Toxic. Ist das nicht die 99? Hab ich ihn gegeben. Einer ist B. B main. Ah, der ist immer auf left side. Ich glaub's nicht. Nice. Nice. B go oder A go. Wir könnten A machen, ne. Ok. Ich geh squeaky mit Bombe. Ich hab ne Smoke. Für Schwart. Einer Squad. Close. Einer on set. Einfach rein da. Quart noch einer. Nice. Ich blende direkt für Main. Einer ist Highway. Einer Main. Warte, 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 warte. Nice. Jungs, es läuft. Einer. A later. Ich geh mal neifen. Schöne Runde. Willst du mal direkt noch mal auf A oder jetzt dann auf B? Jetzt zwischen B machen sich, oder? Lass mal ein bisschen langsamer machen. Die sind ja ziemlich Schlitzohr mäßig drauf. Na, da sagst du was. Ich sag's glaub ich Main oder so. Mitte, tatsächlich Mitte. Was? Oh mein Gott, der hat noch 2 HP. Wie geht denn sowas? Naja, ist Mitte mit 2 HP. Schlägt vorsichtig. Lass wieder Richtung A orientieren. Ja, das sieht gut aus. Jawohl, schnell ist er. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Shit. Der Ende ist einer. War der jetzt Jelle oder maybe? Ah, der ist auch nicht gut. Nice. Und K? K. Äh, 15. Oh. Nee, ich hab... Ich hab... Nein, nein. Schade. Schade. Lass mal voll auf B pushen. Ja, kommt schon. Krass, der wird close gehen oder sag. Und da flasht er auch noch. Ja. Dieser Kerl, das ist der Schlitzohr Anführer. Der treibt. Schade. Schade. Ich würd sagen wir müssen irgendwo durch. Und nochmal richtig durchpressen. Dass die einfach die... Die Rosen voll haben. Einer kommt immerhin gepusht. Okay. Oh nein, schade. So knapp am Headshot vorbei. Okay. Haben wir uns verraten. Ich hab mich verraten. Ist da eine Whitebox? Nice. Sehr gut. Sollen wir jetzt auch ein bisschen warten? So wie die? Einfach nur abwarten. Bevor wir voll drauf gehen. Einer ist, ähm, Z, Mitte. Ist down. Die Smokes halt irgendwann weg, ne? Ja, das stimmt. Einer ist pick up. Ich komm jetzt über Mitte gelaufen. Also ich warte bei Mitte. Bei Mitte ist eine APP. Okay. Ah, ist der letzte, ne? So. Ja, er hat gepressen. Nice. Boom. Ist da noch einer toll? Ja, noch einer. Bei der Zeit. Oh Gott. Klick. Geh wieder squeaky und hofft, dass ich jetzt direkt nach hinter verteilen kann. Da kommt oft einer reingerannt. Einer Squad. Nein, kommt glaube ich einer rein. Ich geh direkt durch. Der Squad. Da hinter. Nein, nein. Oh Gott. Leck. Und ich hoff den Lecker nutzen können. Ah, sieht gut aus. Einer ist, äh, bei Stromkasten. Elektrisch. Ja, klar. Der geht mir direkt. Oh Gott. Hey, ist wieder zurückgegangen Richtung K? Könnte einer Quads sein. Ich hab mich gecheckt. Plant geht easy rein bestimmt. 100 Tore macht er das. Ja, läuft. Einmal in K. Zornchape. Oh, schön. Nice. Oh, die Reaction. Zack. Ich glaube, es ist generell gut, wenn wir uns breit aufstellen und dann halt die ersten paar Kills holen. Ich bin Squeaky durch. Einer sehe ich nichts. Einer ist onspot, ey. Geh direkt fort. Einer ist onspot. Zwei und einer onspot. Und einer. Ja nice. Einer ist noch onspot. Ich hab 34 gefressen. Ah, ihr habt die Bombe. Okay, nice. Sie planten das. Einer. Einer kommt. Einer ist onspot. Nice, ist down. Ich glaub, jetzt kommt der Fall. Echt? Nice. Gab schon einfachere Matches. Ich komm auch grad nicht ins Spiel rein. Ich hab überhaupt kein Feeling grad. Das geht nicht so richtig. Aber vorhin die 30 Kills. Hört, hört. Das läuft. Das läuft. Sobald ich die 10 hab, mach ich einen Haken. Einer ist onspot, Bing. B ist down. B ist down. B ist da doch einer? Onspot? What? Ja, onspot. Sorry, haben wir den... Haben wir den übersehen? Oder ist der reingekrabbelt? Weil ich war auch grad Richtung... Ich hab grad Richtung Wind geguckt. K. Oh fuck. Oh man. Ich molly mal da hinten bei B. Ich glaub B ist komplett clear, ne? Nice. B war clear. Hatten die wieder Echo? Ne, der Einer hat auf jeden Fall ne Farmers gehabt. Der hat nämlich ne Decoy geworfen auf B mit Farmers. B push. Alle B, alle B, alle B. Okay, nice. Dann lass uns auf A direkt bleiben. Also Green. A ist frei. A ist frei. A ist frei. Einer ist noch bei T, aber ich verzieh mich direkt Green. Pass auf, der ist bei T-Spawn. Einer. Oh sorry. Voll erschreckt. Ja, Forti. Bei uns kommt gleich einer hinten. Der ist Richtung Main gegangen, der eine. Oh. Ist Main. Er kommt jetzt. Er kommt jetzt. Incoming. Voll nun parst du ein bisschen. Aber jetzt... Die AK hast du nicht. Ich bin ne Runde. Ja, ich bin total verkackt jetzt. Aber wir sind doch reich. Bei unserer Runde. Na jo. Easy peasy. Der nächste Win ist auch schon der Draw Win. Und danach kommt der richtige Win. Und fertig. Forti. 80 Punkte. Bäm. Landet noch mal Overwatch hier. Mach sein eigenes Overwatch. Ah, Mensch. Das bin ich. Den drück ich mal lieber nicht. Einer ist Quad, oder? MBK. Einer könnte noch Catwalk sein. Ich guck. Mein scheiß Insta-Hipschatz. Geht da mit so hoch. Nein, 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 nein. Hahaha. Scheiße. Einer ist... Zwei sind auf B. Einer ist Low HP. Scheiße. Es waren eben noch zwei auf B. Also ich denke, das waren genau die zwei. Und einer ist Low HP. Und zwar der Bleed. Blue. Schön, schön, schön. Sehr schön. So haben wir schon mal. Mich haben die Ultra gebaitet. Als ich da drin war auf B. Das war grausam. Oh, einer. Da ist auch noch einer. Boah. Headshot ist down. B ist, glaub ich, clean. Ähm. Ich zwanzig vor. Von dem Wärts. Einer CT. Vier 50. Ist aber der letzte wahrscheinlich. Äh, der einzige, der hier in der Nähe ist. Ja. Defensroom. Oh. Alles klar. Sag, ist Vendrom dead? Ja. Evan oder CT. Einer ist auf jeden Fall HFHP. Ah. Schade. Nice. Perfekt. 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 Alles über 1. Shit. Ja. MG1. Haha. Der war schon boot. Ja. 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 Ja.